Ja, das ist ja eigentlich viel cooler. Genau. Ja, dann fangen wir mal an. So, du interessierst jetzt jetzt so oft, dass ich dich höre. Das hier gezeigte Material wird von spezial ausgebildeten Töchter und so und so. Das... Wusste ich vom Fass. Nimm mal hier am besten diesen kleinen Double Töchter, weil wir sind ja noch... Ja... Hast du noch ne Ahnung wie das ging? Du musst Dings drücken, Option. Achso, stimmt ja. Aber erstmal möchte ich... Ja, gut. Kannst du zu echten Orange bleiben? Ist doch egal. Was will ich belaufen? Ja, es passt neben so zu deinem Controller, also. Ja, gut. Hier ziehst du noch mal. Higgs. Ja, ja, stimmt. Wir müssen hier am Team kämpfen. Ja, ja, ja. Weißt du noch wie das hier ging mit den Bällen und sowas? Äh, keine Ahnung. Ich hab vor kurz gespielt, also... Hä? Nicht so ganz. Und ich hol ins Gerät das Gute, Alter. Und ich hol ins Gerät das Gute, Alter. Hä? Ich hab ja mehr Punkte. Das ist den Zauberstab. Okay. Du willst nur Enemies. Gut gemacht. Es gibt Punkte. Eben. Und jeder weiß, es gibt einen was, was wichtig ist. Punkte. War noch mehr Punkte. Nee, Enco. Der ist wichtiger wie Punkte. Oh. Oh. Ich bin da zur Wissenzeit. Ich bin da zur Wissenzeit. Kaffstabbel. Ich bin da zur Wissenzeit. Ich muss mal reden. Ich bin da ein bisschen besser von der nächsten. Aha. Entschuldigung. Oh. Ich hab den Totenkopf gewählt. Schöne, monotone Schießen. Genial, oder? Jetzt nehmen wir den. 180p. Das ist schön. Ich wusste ja nicht, was das jetzt endet, aber auch cool. Du bist froh, wie ich bin. Ach ja, tatsächlich. Ich hab mir jetzt gar nicht aufgefallen. Du, unten wochen schief. Äh. Howdy. Enhanced Time. Ne, sag mal. Das ist lieb. Yay. Ist das schnell? Cool, oh man. Mach das mal. Cool. Das ist gut. Cool ist nun was gut. Okay. Ist aber nicht gut. Ja, ist aber gut. Wir machen auch mehr Schaden. Echt? Ja. Oh. Ich hab das Auto genommen. Oh, jetzt haben wir klar. Sehr gut. Cool. Ihr habt seinen Gegner ready. Yo. Wir sind jetzt der Endgegner-Killer. Cool. Wir machen was gut. Ja, ja, ja. Das? 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 Das, ja. Das ist krass. 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 Wir sehen keine Gegner mehr. Wir sehen keine Gegner mehr. Das wird zu krass. Das ist krass. Ja. Molecumenische Formel. Glokane-Fail. Ich glaube das, ne? Ja, ja, ja. Würde wir sagen. Das wird dann helfen. Ja, suprem. Das ist krass zu krass, das ist krass. Das ist krass. ich glaube wir haben den boss noch mal gesehen doch wir waren schon tatsächlich im dritten bolster siehst du wir werden nur erst klein noch den freemächigen märchen gern ist immer gut ich wollte den großen bruder verstecken dafür hast du noch vier kleine und nicht nur ein also ich habe meine kleinen geopterten wird dann weil das eigentlich geben ja ich glaube wir sind unsere punkte maschine was der complete makeover ne 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 ist der ace of an eagle ja ja was was macht safe place to play ach du scheiße ich habe glaube ich hatte ah nee das war einfach nur in her zu bringen ja komm hoch ne komm hoch was ist das a high friction gun barrel muss landschau muss landschau an doch nein was tust du wenn ich dich hörst ach stimmt jetzt kann ich so komischen kuh und so weil es nicht mehr also für das erste mal wieder rainbows ja natürlich natürlich geil ich habe noch nur in der die durchs kreppet dass er das ist ein donald Vor Sinus-Kurven. Ja, vor Sinus-Kurven. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das ist immer safe, verstehst du? Ja. Repeat-File. Ja. Das ist klar. Sinus-Kurven. Was? Spend mir vor. Mach mal Spend mir rum. Oh! Das ist das beste Spiel, was ich nie gespielt habe. Okay. Das ist überraschenderweise wirklich gut. Das ist Brand New Head. Neuer Hut, ne? Ja. Pullet, ist das unser... Nein, ich habe einen neuen Hut. Okay. Schau dir einen neuen Hut an. Cool. Cool. Ich komme hier echt nicht mal dran in den Besieg zu. Ich habe einen Gubi-Mut besiegt. Ah, und jetzt müssen wir zurück... Jetzt haben wir... Jetzt haben wir einen Gubi-Mut besiegt. Jetzt müssen wir mal... Das letzte Mal haben wir nochmal gespielt. Ja. Okay. Ich bleib dich mal bei Blau. Ich bleib dich mal bei Blau. Ey, Grün. Ja. Gut. Das sagt, wie kreativ und cool wir sind. Komplett Makeover? Probier es mal. Probier mal Komplett Makeover. Oh. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ja, natürlich. Horrible Night. Ja. Nein, Horrible Night. Das hat man noch nicht. Ja. Natürlich. Nein. Nein. Ich hab' einen Triggler zu tauschen. Ich weiß nicht, dass wir da oben sind. Deswegen kriege ich ja nach oben. Ich hab' den Gegner ausgewichen. Nein. 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 Ich glaube, ich bin gerade verrückt. Du kannst ihn nicht benutzen, um Gegner zu töten, die über dich sind. Okay. Da steht nichts dazu. Oh, da steht nichts mehr dazu. Ach stimmt, das war das Problem bei Nome. Du weißt nicht mehr, was es ist. Du weißt nicht mehr, was es ist. Ja, gut. Du kannst. Du drückst einfach X. Ja, ich dachte. Die sind gut. Ich bin tot. Lass mich. Ich bin tot. Aber du bist mein bester Freund. Ich bin tot. Du musst entscheiden, was du jetzt willst. Ich bin tot. Ich bin tot. Aber wenn du den Gegner berührst, kannst du noch lohnen. Schon vergessen? Ja, gut. Mir hat einfach irgendwas. Na klar, lohnen. Diese kleine Ecke soll ich nicht sehen. Das ist langsamer Suche. Was für stärker? Hallo. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Schade. Da kam die Katzen. Der Anker. Der E1080p, wo wir Farben tauschen oder was da so. Jaa, ok. Ich weiß es nicht. Hab ich das aufgehört? Jaa. Was war das? Ich weiß es nicht und es hat mir Angst. Ok, noch ein Versuch. Juhu. Wait. Wait. Unbedingt. Wohl, Wohl. Hab ich auch nicht drauf. Echt? Wohl, Wohl. Das ist echt. Das ist aber richtig schlecht. So. Oder auch die Planetenenergie natürlich. Nehmen wir das. Oh. Was jetzt unbedingt gut ist. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Jaa, nehmen wir das mal. School of Fish. Das ist ein richtig geiles Alten. Ja. Weil du einfach 5 Leben dazu kriegst. Jaa, nehmen wir mal das hier mal. Jaa, nehmen wir mal das hier mal. Ja, damit rockst du alles. Jaa, weil du einfach so unglaublich viel Fall brauchst. Jaa, das. Jaa, nicht dass das uns irgendwie wieder die Fischi mitkommt. Denk mal an rockst du und äh. Na, scheiße auch mal wieder. Ne, fast. Wie meinst? Dörst du dir? Rainbow Orthoner? Ne, Rainbow Ersten. Ne, gut. Oh, das war fast. Oh. Tag, der hat mich ein bisschen wieder getötet. Ah, er hat mich getötet. Jaa, Entschuldigung. Viel Spaß mit dem Boden. Du hast ja sehr viel länger überleb' ich. Jaa, ich hab auch mehr Punkte als du, weil ich geil bin. Oh. Jaa, und hier geht's wieder weiter. Ich meine, geht es um Siegrube in Ehre. Nein, das ist gut. Oh, ich bin eben verloren. Ich war gerade unkonzentriert tatsächlich. Du bist einfach nicht. Repeat my error. Yay. Ich habe auch noch eine Katze auch dort gehabt. Du hast eigenem Fisch geschubst. Ja Monday. Aber dazu habe ich einfach mehr Punkte als du. Ich hab das jetzt geöffnet. Dせて. Ich hab das jetzt geöffnet, dass du mir интересst hast. Cookies Breakfast Cookies and good Yeah Diese Item Beschreibung Cookies Breakfast Also heißt das du siehst Fett und langsam ein bisschen Oh Wir sind beide gerade bei diesem Eni-Boss gestorben Äh cool Wobei ich glaube, ich finde persönlich, dass einen doch schwierigeren Bosse Ist es so Der fliegt auf dich und der Ja die Leckraketen werfen Ja Das ist verrückt Das ist so dumm Das erste wird zwei E haben Ja ich weiß Aber guck mal, hier sind die Die Leckraken in die Gegner Die Leckraken rein Das hatten wir doch schon mal nicht Weil der Gegner das bedeutet Das ist aber so genär, wo einer ein Geist war Hm? Wo einer ein Geist war und der den einen reingezogen Ja da vorgeflogen ist und die anderen einfach Und die Gegner reingelockt Das ist auch wichtig Sie spielt es echt amüsant Doch Warum der Blitzende Das ist schlechter Das ist mehr Punkte also Ja und ich kann immer noch bestimmt was du krieg Das ist böse Ja, ich mach die Raketen komplett unkontrolliert und sag dafür, dass in deine Richtung fliegt Das war fair Ja Warte mal Kann ich die Karte Hahahaha Fucking hell Ich hab gerade überlegt Was passiert wenn ich geslob ist Und nochmal geslob wird Oh Katze Bedäftig Schmuck und die Spiegel Du bist nicht alt Ich hab's nicht Okay Dann nehmen wir den Fischkreis Der ist am Anfang einfach mal vollkommen ohne Paus Ich hab's nicht schwerer Punkte Ich hab's nicht gewonnen Ich hab's nicht gewonnen Ich hab's nicht gewonnen Ich hab's nicht gewonnen Der Klipple Jeeeey Das ist okay am Anfang Ich hab's nicht gewonnen Ach ja, weil Kipa ist immer okay Also Ich hab's nicht gewonnen Ich hab's nicht gewonnen Lanzo? Neh immer Jeeey 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 Ich würde zu den Schulden neigen Weil ich Schulden mag Schande Also entscheiden müssen wir nurenee Oxen aussehen Jeeey Okay Wir haben sogar eine Schielung Die haben wir schon auf andere Seite Mache Jeeey wenn wir langsam machen weil der Schuss ist größer wie wir selbst weil wir einfach die Ultraschrubben dabei haben über den Hamster genau, ihr habt Maschinen gern dann haben sie keine Maschinen angekriegt bei Hamster sind cool ja, aber Maschinen gern sie auch so, wir haben Leben gekriegt so, jetzt hast du ich gebe nur als Tipp und das ja also, ich will den Text ok du hast es genommen, weil der einfach nur in Deutschland ich hoffe, der wurde den Text verwirklich nicht ja das ist eine fairer Begründung jetzt aufs Play nehmt das, achst du, dass es platform exklusiv gibt ok ok oh, wir kaufen es ist ja soweit für unsere Position es ist ja soweit für unsere Position oh, irgendwas mit Personalitäten ja extra arm ja, 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 ja Das? Ja. Yeah. Die Musik. Total. Fuck. Ja. Wirklich gut. Schön. Das geht auch immer. Skullfish. Ja. Endlich. Die schießen auch nochmal 3 Dinger ab, ne? 5. Geht es gut. Jetzt kommen wir in den Hauptmodus, ne? Wenn wir jetzt die ein Gegner besiegt haben. Ah. Wo sind wir halt so gut? Hm? Wo sind wir so gut? Wird mit Feier? Immer noch Chlor. Wenn der Boss kommt, würde ich den ohne Probleme wegbiegen. Das ist so okay, das ist die Zeit. Guck mal, noch eine Trophäe. Was ist heute los? Nein, 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 das nicht. Was? Nein, das auch nicht. Das erste, das erste. More damage from me. Fast. Ja. Ja. Redetected. Ja. I would say. Extra Bounty. Extra Bounty. Okay. Achtung. Ich kann die Quallen von uns nicht mehr bekämpfen. Auf die Wischen. Wait to another. Nee. Wait to many times. Ja. Okay. Oh. Many friends, äh, friends als jener Gegner. In uns hier. Nein. Teddybären sind noch nett. Soll ich keine Weltraumkatzen gefunden bis jetzt. Ja, ich bin überrascht. Die waren ja immer am gefährlichsten. Also, ich glaube langsam, wir sind dann richtige Profis in den Spiel. Und wir dachten erst, dass es nur irgendwer verschreit. Ja. Den du nie zum Stopp gekriegt hast. Entschuldigung. Könnte einer an, dass du eine Option drücken musst? Du beim Leben. Jo. Ich hab nichts mehr an. Du hast einen. Wie in der Realität. Wie in der Realität. Nimm noch etwas. Ist ja auch so eine Kacke. Ja. So ready, bud. Nein! Nichts müssen wir dann leben, aber ich halte ihn ruhig. Wir wollen das in den Hauptmodus. Wir haben 5.555 Punkte gerade. Squillfish. Yeah. Jetzt können wir den ohne Problem wegpusten. Boom. Höchbauts. Ich will jetzt immer die Punkte. Geht weiter? Ja, wir müssen ja jetzt noch nicht mehr live. Okay. Ja. Das ist schon so ein Scheißer Spiel. Ähh. Extra arm. Ja. Und wir wissen langsam was das Einzeln bedeutet für das Ding in der Turbo Spiegel. Ja. Vorher war das ja noch warten und wir dachten, das sind scheiße. Und eben wann noch keine Kratzen gekommen sind. Nein, das macht mein Weg nur. Ich hole Taten, oder? Zweit, oder? Oh, Zeit um. Ah, Hut ist schön. Oh nein, ich lebe. Wenn wir den kriegen. Das? Ja. Okay. Ja, okay. Da oben musst du fließen. Wir finden bald schieb gut, keine Ahnung. Meister, Rapid File! Ja. Yeah. Ich wollte mit Rapid Fire bekämpfen. Einfach nur drauf schießen. Der hat ja doch noch 3 HP gehabt. Ja. Ich glaube, du bist aber tot. Auf Platz. Hm? Safe Place. Ja. Aber vielleicht nicht mehr leben. Vielleicht nicht mehr. Ja. Da gibt's Punkte. Ja. Wir dreh den, den wir dreh jetzt. Weißt du's nicht? Nee. Oh. Oh, du bist auf 10.000 Punkte gekommen. Gibt's das schon eben. Okay, tappe tappe. Ich krieg mir Archiven mit. Wahnsinn. Okay, mach mal das hier. Randomly ist immer nicht gut. Eigentlich nicht. Aber ich hoffe auch ohne Boden. Aber ich hoffe auch ohne Boden. Also gefährlich. Wildraumkratzen, natürlich. So, nimm. Das mittlere macht er mir. Nimm das. Nicht. Es wird ganz gut am Boden. Okay. Okay. Weißt du's nicht. Und ich bin. Jetzt gehört uns das Meer? Ich weiß es nicht. Ich glaub das ist die Böse gewesen, oder? Was ist denn mit die Bösen? Siehst, dahinter ist ein Fragezeichen. Was? Der hat dahinter aber ein Fragezeichen hätte. Online. Das ist schon mal so ein Online. Scheiße, wenn der Weltkampakt ist. WTF? WTF? Ich glaub wir haben jetzt den... das richtige Spielfall gefallen. Weltraum Katzen. Tod. Ah boah. Ey guck mal, ich hab 8000 Punkten. Wollen wir jetzt den X-Gamo? Den Hotten? Ne. Okay. Was ist das? Boss Rush? Das haben wir auf Boss Rush nochmal freigeschalten. Okay. Oh, ich bin alleine. Naja, Boss Rush. Ich bin jetzt zu schnell versuchen... Ne. Leiden ist blöd. Ah. Ich muss halten. Ich muss halten. Ah. Ich muss halten. Ich will nicht in den Tod. 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 Wenn du nicht mehr bist, dann nimmst du nicht. Ich kann das nicht mehr. Gigi? Gigi? Master Player? I have a Curse. Blend energy. Ach so, dass wir die Energiewerfer nicht aufladen. Sind sie bereit? Durchsicht sie. Gigi? Ja, ich hasse die Waffe auch. Ja, ein bisschen so. Könnt ihr unterschiedliche Waffen haben, weil die vermutlich richtig geil ist. Ja, tatsächlich. Ich würde schießen. Ja. Ich hab jetzt meinen Kopf da schon rausgenommen lassen. Das geht echt an der Substanz, der Son. Ja gut, das ist ja auch noch was den Zuschauern tun. Extra arm. Ja, ich arbeite doch dran. Weißt du, meinen Zuschauern hab ich gar kein Mitleid. Wer freiwillig so dumm ist, ist hier angekommen. Ja, fein der Wiederholung, wenn ich es ja gerade zusammengeschnitten hab mit dem vorhin, mit dem schlechten Scheiß. Ach so, machst du das in eine kleine Kunstpause rein oder so ein kleines Batman-Seifen? Nee, einfach so. Cut. Ah. Ein ganz harter Cut. Das ist wieder richtig kacke. Ja. Weil du ja auf einmal die Playstation siehst. Ja. Ein ganz anderes Auflösungs-Stream. Ja. Wie willst du das rechtfertigen? Rechtfertige ich gar nicht. Okay. Ja. 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 Das ist einfach das Beste. Na gut. Cookies. Cookies? Ich weiß nicht was das ist. Na Cookies ne Kacke. Ich weiß nicht was das hier ist. Ich weiß nicht was das hier ist. Das tauschen. Da tauschen wir unseren Geist. Cool. Okay, nochmal das einfach. Mhm. Das Spiel ist einfach so genial. Was findest du? Das Spiel ist einfach genial. Das ist sehr speziell. Ich weiß gar nicht wie ich es mit Worten beschreiben kann. Die gefliegenden Nieren hier. Ja. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich hab's getotet. Keine Ahnung. Aber du hast hier gerade jetzt arriving also. Lebst du glaube ich wieder? Hä? Unmüde? Ein bisschen. Ich werde es überleben glaube ich. Ich guck dir dann klein noch beim Spielen am Rechner zu. Da kannst du irgendwas machen. Ich würde mal zuschauen. Augen und Rücken und Kopf ein bisschen entspannen. Kannst du irgendwas cooles machen. Mach mal nach der Runde schüttchen. Hm? Mach mal nach der Runde schüttchen. Tatsächlich im MTA Race. Ja. Ich bin's los. So. 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 McCoy incident. Woher war ich ja schon geil. Oh jetzt bin ich... ultra-geil. Geil. Mödest du meine Freundin schauen dass wir irgendwann? Ja. Ich glaube ich nicht. Definitiv. Ich glaube ich nicht. Ich schicke ihren Link. Was? Ich schicke ihren Link. ich bin berühmt natürlich schaust du siehst du ja mittlerweile aber ich würde sagen dann schalten wir zurück pc ja schalten wir mal zurück war schön dass ihr bei schizuzumi zugeschaut hat ja auf jeden fall leute abonnieren kanalysieren akkumulieren favorisieren negativieren blockieren blockieren reblockieren ich meine können auch wir können auch hier eine super spiele aber das klingt nicht ja das ist kacke das stand der übertragung wir können